Schon am nächsten Morgen erfolgte der Angriff. Die Tiere waren beim Frühstück, als die Späher mit der Nachricht gelaufen kamen, Frederick und seine Anhänger seien bereits durch das fünffach verriegelte Tor eingedrungen. Die Tiere stürzten ihnen mutig entgegen, diesmal aber sollten sie keinen so leichten Sieg erfechten wie damals in der Schlacht vom Kuhstall. Es waren 15 Mann mit einem halben Dutzend Gewehre, und sobald sie auf 50 Meter herangekommen waren, eröffneten sie das Feuer. Dem schrecklichen Krachen und den schmerzenden Schrotkugeln vermochten die Tiere nicht standzuhalten, und trotz allen Anstrengungen Napoleons und Boxers, sie immer wieder zu sammeln, wurden sie in die Flucht geschlagen. Eine ganze Anzahl war bereits verwundet. Sie flüchteten in die Farmgebäude und spähten vorsichtig durch Spalten und Astlöcher. Die große Weide mitsamt dem Turm des Windmotors war in der Hand des Feindes. Jetzt schien sogar Napoleon zu verzweifeln. Er ging wortlos auf und ab. Und sein Ringelschwanz wackelte hin und her. Sehnsüchtige Blicke wurden in die Richtung von Fuchswald geworfen. Wenn Pilkington und seine Leute ihnen zur Hilfe kamen, dann konnte der Tag noch immer gewonnen werden. Doch da kamen die vier Tauben, die tags zuvor ausgesandt worden waren, zurück, und eine von ihnen trug einen fetzen Papier von Pilkington. Darauf standen die Worte gekritzelt, »Geschieht euch recht!« Unterdessen hatten Frederick und seine Leute bei dem Turm Halt gemacht. Die Tiere beobachteten sie, und ein verzweifeltes Murmeln ging durch ihre Reihen. Zwei von den Männern hatten ein Brecheisen und einen Schmiedehammer mitgebracht. Sie wollten den Turm also zertrümmern. »Unmöglich!«, rief Napoleon. »Dafür haben wir die Mauern viel zu dick gemacht!« »Nicht in einer Woche können sie ihn vernichten!« »Mut, Kameraden!« Benjamin aber beobachtete aufmerksam die Gesten der Männer. Die beiden mit Brecheisen und Hammer schlugen ein Loch knapp an der Grundfläche des Turmes. Langsam und beinahe erheitert nickte Benjamin mit seiner langen Nase. »Das dachte ich mir«, sagte er. »Seht ihr denn nicht, was sie tun? Sofort werden sie eine Sprengladung in das Loch stecken.« Entsetzt warteten die Tiere. Es war unmöglich, sich jetzt aus dem Schutz der Gebäude hervorzuwagen. Wenige Minuten später sahen sie, wie die Männer nach allen Richtungen auseinanderliefen. Dann gab es ein betäubendes Dröhnen. Die Tauben schwirrten hochaufwärts, und alle Tiere, Napoleon ausgenommen, warfen sich flach zu Boden und verbargen die Gesichter. Als sie sich wieder erhoben, da hing eine mächtige Wolke von schwarzem Rauch über der Stelle, wo der Turm gestanden war. Langsam hob sich der Rauf in der leichten Brise. Der Turm des Windmotors war nicht mehr da. Bei diesem Anblick kehrte den Tieren der Mut wieder. Furcht und Verzweiflung, die sie eben noch gefühlt hatten, waren von der Wut über diese abscheuliche, verachtungswerte Tat fortgeschwemmt. Ein mächtiger Racheschrei stieg auf, und ohne auf weitere Befehle zu warten, sammelten sie sich und griffen den Feind an. Diesmal scheuten sie die grausamen Schrotkugeln nicht, die wie Hagel auf sie niederprasselten. Es war eine wilde, erbitterte Schlacht. Immer wieder feuerten die Männer, und als die Tiere an sie herangekommen waren, gebrauchten sie ihre Stöcke und die schweren Stiefel. Eine Kuh, drei Schafe und zwei Gänse wurden getötet, und fast jedes Tier war verwundet. Selbst Napoleon, der hinter der Front die Operation leitete, wurde die Schwanzspitze von einer Kugel weggeschossen. Doch auch von den Männern entkam keiner unversehrt. Drei von ihnen hatten Boxers Hufschläge die Köpfe zerschlagen. Einem anderen durchbohrte ein Kuhhorn den Bauch. Einem rissen Jesse und Glockenblume beinahe die Hosen herunter. Und als die neun Hunde von Napoleons Leibwache, die er unter dem Schutz der Hecke ein Umgehungsmanöver ausführen ließ, jetzt plötzlich mit wildem Gebell in der Flanke der Männer auftauchten, da übermannte sie die Panik. Sie sahen sich in Gefahr, um Single zu werden. Frederick schrie ihnen zu, sich davon zu machen, solange es noch einen Weg gab, und im nächsten Augenblick lief der feige Feind um sein Leben. Die Tiere jagten sie bis ans Ende des Feldes und versetzten ihnen noch einige letzte Tritte, als sie sich den Weg durch die Dornenhecke erzwangen. Die Tiere hatten gesiegt, aber sie waren erschöpft und ihr Blut floss. Langsam begannen sie, nach der Farm zurückzuhinken. Der Anblick der toten Kameraden, die niedergestreckt auf dem Grase lagen, entlockte vielen von ihnen Tränen. Und in kummervollem Schweigen blieben sie eine Weile vor der Stelle stehen, da einst der Turm ihres Windmotors gestanden war. Ja, er war fort. Fast bis auf die letzte Spur war ihre Arbeit vernichtet. Selbst die Fundamente waren teilweise zerstört. Und beim Wiederaufbau konnten sie sich nicht, wie zuvor, derselben Steine bedienen. Denn diesmal waren auch die Steine verschwunden. Die Kraft der Explosion hatte sie hundert Meter weit fortgeschleudert. Es war, als ob der Turm nie vorhanden gewesen wäre. Als sie sich der Farm näherten, hüpfte Quiekschnauz, der während der Schlacht unerklärlicherweise nicht anwesend gewesen war, ihnen schwanzwedelnd und vor Genugtuung strahlend entgegen. Und von den Farmgebäuden her vernahmen die Tiere das feierliche Dröhnen eines Gewehrs. Warum wird das Gewehr abgefeuert? fragte Boxer. Um unseren Sieg zu feiern, schrie Quiekschnauz. Welchen Sieg? sagte Boxer. Seine Knie bluteten. Er hatte ein Eisen verloren und den Huf zersplittert. Und ein Dutzend Schrotkugeln saßen in seinem Hinterbein. Welchen Sieg, Kameraden? Haben wir den Feind nicht von unserem Boden vertrieben? Von dem heiligen Boden der Farm der Tiere? Aber sie haben unseren Turm zerstört. Und wir hatten zwei Jahre lang daran gearbeitet. Was liegt daran? Wir bauen eben einen neuen. Wir werden sechs Windmotoren aufstellen, wenn wir Lust dazu haben. Du weißt, die riesige Leistung, die wir vollbracht haben, nicht richtig einzuschätzen, Kamerad. Der Feind hielt den Boden besetzt, auf dem wir eben jetzt stehen. Und jetzt haben wir, dank der Führung Kamerad Napoleons, jeden Zoll zurückerobert. Dann haben wir also wiedergewonnen, was wir vorher bereits besaßen, sagte Boxer. Das ist unser Sieg, sagte Quiekschnauz. Sie hinkten in den Hof. Die Schrotkugeln unter Boxers Haut schmerzten sehr. Er sah die ganze schwere Arbeit vor sich, die erforderlich war, um den Turm, von den Fundamenten angefangen, wieder aufzubauen. Und in seiner Vorstellung rüstete er sich bereits für die Aufgabe. Doch zum ersten Mal spürte er, dass er elf Jahre alt war und seine mächtigen Muskeln nicht mehr ganz das, was sie einst gewesen waren. Aber als die Tiere die grüne Flagge sahen, das Gewehr krachen hörten, es wurde siebenmal abgefeuert, und der Rede lauschten, die Napoleon hielt, um sie zu ihrer Haltung zu beglückwünschen, da kam es ihnen schließlich so vor, als hätten sie tatsächlich einen großen Sieg errungen. Die in der Schlacht gefallenen Tiere erhielten ein feierliches Begräbnis. Boxer und Clover zogen den Karren, der als Leichenwagen diente, und Napoleon schritt selbst an der Spitze des Zuges. Zwei Tage lang dauerten die Feierlichkeiten. Es wurde gesungen, es wurden Ansprachen gehalten und es wurden Schüsse abgegeben. Jedem Tier wurde ein Apfel als Sonderration zugeteilt, zwei Unzenkörner jedem Vogel und drei Hundekuchen jedem Hund. Es wurde verkündet, dass die Schlacht den Namen Schlacht vom Windmotor tragen solle und dass Napoleon eine neue Auszeichnung geschaffen habe, den Orden vom grünen Banner, den er sich selbst verlieh. In der allgemeinen Freude wurde die unglückselige Geschichte mit den Banknoten völlig vergessen.